Hallöchen Leute, Tobias ist hier. Heute mal wieder mit Pyromancer Gameplay. Das aktuell beste und auch nervigste Bild dagegen zu spielen, ist der Debuff Pyromancer. Mithilfe von Pandemonium, der seit kurzem schon 6 Sterne hat, könnt ihr den Gegner ordentlich vergiften im Midgame. Der Knackpunkt von diesem Bild ist das Subclass Item Dark Lantern. Dark Lantern debufft den Gegner um 9 pro Dark Item und pro Reinkarnation. Das bedeutet, bei 4 Dark Items gebt ihr euren Gegner 36 Debuffs bei Reinkarnation. Das bedeutet, wenn ihr auf 0 HP droppt, mit Dark Lantern kommt ihr einmalig auf 50% Leben zurück, seid für 2 Sekunden unsterblich, macht sogar nochmal 5 Schaden pro Feuer Item, bedeutet bei 4 Feuer Items 20 Schaden. Aber das ist noch nicht alles. Dieses Dark Lantern Item synergiert mit dem Phönix. Der Phönix verbraucht zwar Leben on Hit, macht ordentlich Damage, aber ihr habt auch nochmal hier eine Reinkarnation, bei dem ihr euer gesamtes Heat verbraucht. Pro Heat kommt ihr 6 Leben zurück bei Reinkarnationen. Bedeutet, eine zweite Reinkarnation für Dark Lantern und mehr Schaden über Dark Lantern und auch nochmal Debuffs. Das heißt, bei 2 Reinkarnationen könnt ihr schon 72 Debuffs auf eure Gegner packen. Ultra stark, ultra nervig mit dem gesamten Blind, was man auf den Gegner packen kann. Und zuletzt spielen wir als letzte Wind Condition nochmal den Dark Saber. Dark Saber macht mehr Schaden, je mehr Debuffs auf dem Gegner sind. Bei 72 Debuffs sind das schon plus 36 Schaden. Außerdem könnt ihr Mana verbrauchen, um den Gegner nochmal weiterhin zu blinden. Und beachtet, Dark Saber sowie Pandemonium sind natürlich auch Dark Items. Wenn euch der Content gefällt, lasst einen Daumen hoch auf dieses Video. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Viel Spaß mit dem Gameplay. Enjoy. So ein schöner Turn 1. Erstmal für Torch. Auch schon eine Pfanne. Leider für Herbs. Aber wir haben Stamina. Das sollte mir einen Vorteil haben, denke ich mal. Da heizt sich ein bisschen mehr durch die Herbs. Wird besser positionieren können. Glaub ich. Dass die Pfanne, äh, dass die Banane noch mit Garlic toucht. Aber wir sollten gewinnen über Stamina, oder? Ja. Rainbow Batch. Was halten wir von Rainbow Batch? Aber zum Vollpreis schon teuer, oder? Vollpreis Rainbow Batch ist schon teuer. Was man spielen könnte, wäre einfach Excalibur mit Käse. Könnten wir Chili Cheese Excalibur spielen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir Rainbow Batch spielen wollen. Eigentlich will ich mal ganz klassisch. Ich glaube, ich will ganz klassisch einfach den Dark Saber mal spielen. Piggy ist gut eigentlich. Geld mag ich. Wir räumen dann für Space. Ist auch nur Fanny Pack leider. Alles gut. Wir sind alle mal verwirrt. Oh. Leider haben wir ein Fanny Pack gerollt. Da bin ich bald nicht so der größte Fan von. Irgendwann. Das würde theoretisch gehen. Können wir auch eine Banane boosten. Das ist um einiges besser. Die zweite Banane wollen wir auf jeden Fall auch noch haben. Zünden wir jetzt erstmal Torch an. Guten Abend, Ese. Na? Wunderschön. Das wäre die Games so bescheiden mit dem Bild. Kostet so viel Stamina. Spaß. Und hier ist ein Dagger, den wir eigentlich wollen. Ein Early Mode, ein Dagger soll sehr, 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 sehr gut sein. Banane, die Räume für Space. Oh, Chili auch gefunden. Sweet. Verkaufe ich jemals hier den Piggy, um die sonnischen Chili Pepper zu spielen? Vielleicht. Wahrscheinlich. Mal eine schöne Pfanne voll. Werde ich schon gerne Piggy wählen, genau? Ich schaue das erstmal so. Was ist mit Lump of Coal? Haben wir noch eine Kohle anzünden, oder nicht? Nicht unbedingt, wir bleiben mal so. Space, mehr Fude, Fude. Oh, der Crit war mies, Mann. Der Crit war so mies. Der 10er Crit hier. Der hätte ja nicht sein müssen, am Ende auch nochmal ein Crit. Eine Flamme mit. Wir rollen immer für Space. Oh, Crystal ist da. Nein, wir müssen für Crystal gehen. Wir müssen für Crystal gehen auf jeden Fall. Macht Morten Dagger Most Damage? Oder macht Burning Torch Most Damage? Schwer zu sagen. Haben wir noch eine dritte Banane? Ich glaube, zwei Bananen reichen uns, oder? Ich bin zu selten gespielt. I don't know. Pandemonium plus Darksever ist schon sehr, sehr. Eigentlich ist es nice, eine Banane noch zu spielen. Wenn die Gegner Schild spielen und wir spielen Triple Weapon, dann frisst das schon einiges. Ich glaube, ich würde auch eine Banane erst mal mitnehmen, weil sie im Sale ist. Komm schon. Please. Ouchie. Die Mänder haben ja noch einmal gerauncht. Mänder haben ja noch einmal gerauncht. Mänder haben ja noch immer gerauncht. Also, ich habe die Mänder. Ich gewiss Di Bau, ich habe die Mänder. Aber ich habe die Mänder wie in Moschland-Sachen. Pandemonium macht an sich noch Maus-Damage. Wie viel Schöner kriegen wir das gerade nicht hin, oder? Geht hier noch einen Whetstone theoretisch. Kriegen wir auch nicht so geil eingebaut, außer ich opfere hier halt eine Flamme. Das ist drei Bananen nicht zu viel. Wir haben drei Waffen. Wenn wir gegen eine Schilder spielen, frisst das ziemlich Stamina rein. Wenn wir Heat haben, werden unsere Waffen schneller. Wir verbrauchen mehr Stamina. Gerade wenn wir noch Darksilber spielen wollen, kann das ordentlich Stamina verbrauchen. Lieber genug Stamina haben, als zu viel zu brauchen. Und wir brauchen sowieso Food. Und es hat nur zwei Gold gekostet. Also ich habe ja keinen Verlust, den ich eine Bananen wieder verkaufen sollte. Task, Spear brauchen wir nicht. Handschuh gerade auch nicht unbedingt. Kohle auch nicht unbedingt. Und Fanny Pack. Robeck brauchen wir nicht. Piggy würde ich gerne mitnehmen. Können wir dann ein bisschen Money-Making. So. So. 4 Sterne für PG Ich habe ewig keine Backpack-Battles gespielt mehr Solltest du es vielleicht mal wieder machen Dann verliere ich einen Stern, das ist okay Zu viel, also Ich habe lieber noch eine dritte Band Als wenn ich Summi, ne? Je nach Gegner kann das halt Abweichen, wie viel Staminer wir brauchen In dem einen Fight hätten wir eine dritte Band Aber gebraucht sogar Wer spielt denn Magic Torch, bitte? So wild Das sind Blueberry, ich habe noch keine gesehen, leider, um die Pfanne glücklich zu machen Da ist eine Blueberry Stamina Sec Noch eine Chili, die wir auf jeden Fall wollen Kommt eine Flamme raus Das Pandemonium glücklicher Wir haben auf jeden Fall zwei Chilis, was auch gut ist Sieht jetzt schon mal nicht mal so kacke aus Ein starkes Karten-Setup, mal schauen White Ice, White Ice, Holofire, Lizard, das tut schon weh Ist um 8 gecodet Verlieren das sogar, oder? Close Wichtig Wichtig Damit wir unseren Subclass-Item bekommen und ein Leben zurück Beginn für Ashbringer Dann nehmen wir Pocket Sand mit Wir nehmen schon viel für Blind Gain Da kann man eigentlich theoretisch Pocket Sand mitnehmen, aber wir suchen eigentlich andere Dinge Noch eine Chili Noch ein Phoenix für die nächste Runde Ich glaube, die nächste Runde erst für Phoenix Ich habe gerade keinen Platz dafür, kein Geld Für diese Runde Wie relevant sollte es sein, die Dark Lintern hier glücklich zu machen? Schonen Ball Pin Pass Pass Wenn Er Alec wird hier nicht mehr so wichtig sein, glaube ich. Plätze hätten wir noch dafür. Hm, das ist aber ein Sternchen, das ist besser. Okay, das ist noch Thornwhip. Blattthorn spielen scheinbar. Hat da so viel Heilung drauf? Krass. Ich dachte, dass wir das verlieren, bitte. Ein bisschen Antipoison drauf, aber das verlieren wir. Das ist crazy. Weizen Spikes aufgebaut. Aua, das ist eine Holy Armor. Ist auf jeden Fall ein Phoenix. Das ist ja wild, dass wir das verlieren. Eigentlich müsste Moten Dagger raus. Mittlerweile. Noch eine Blueberry. Drop that Crystal brauchen wir auch. Eine Runde warten. Ein bisschen Platz dafür nehmen. Rein theoretisch könnte ich schon den Crystal mitnehmen, oder? Wenn ich wollen würde. Schweinchen raus. Aber lohnt es sich für den zweiten Crystal hier schon zu gehen? Ich könnte minus eine Banane gehen. 2, 4. Und mir Platz für Crystal. 2, 4. Und mir Platz für Crystal. 2, 3. Und mir Platz für Crystal. 3, 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. Einer Phoenix Lizard Del pratik. Wie ich eine Pà米ile schon Elaine hat. Ich frag es halt, ob ich lieber ... Torch. Weil ich den Phoenix schnell machen möchte. Wollen wir noch eine Blueberry. Vereins. Halt ich einen Dodge Master? Gab es nicht das Gerücht, dass es am Wochenende ein Shiny Event in Rogue gibt? Ja. Das Gerücht zirkuliert, ja. Okay, wir sind ja viel weiter als der Holy. Wenn ich mal ein Panamonium... Wenn ich das verdienen sollte, wäre ja kriminell. Ich habe noch nichts bestätigt, nein. Blueberry. Mana Orb aktuell weniger. Stamina Sec. Das Problem ist halt... Draconic Orb eigentlich ganz geil. Spike ist nochmal ordentlich nervig. Ja, ich will schon Draconic Orb. Wenn ich für Lightsaber gehe, für Darksaber, dann haben wir den einen Weak Turn. Okay. Oh je. Oh je. Oh je, Mini. Das ist er. Er spielt jetzt mit Moldenspear. Und Early Spear statt. Borges ist natürlich auch ganz nett, aber er hat keinen Phoenix. Er hat keinen Phoenix. Uh, scary. Food wieder andersrum. So hast du gerade mit der Chili 2 belegt. Oh. You're completely right. Reingetraut. Danke. Cap nehmen wir mit. Aber will man jetzt schon eine Cap nutzen für... Croppled Crystal? Eigentlich suchen wir einen Darksaber, richtig? Noch ein Christy. Okay. Jetzt können wir die Cap machen auf jeden Fall. Haben wir den jetzt frei. In theory. Haben wir den match. Und eine Cap auf der Skunk vorherstellen. Ripsaw Blade. What year is it, dass man Ripsaw Blade spielt? Ah, liegt in der Sicht schon nicht zu lesen, ne? Die meisten haben einen neuen vorbereitet. Schon mal Dodge Master. So viele haben es schon seit Wochen vorbereitet. Auf ein Shiny Event. Spaß hat ein bisschen Zeit. Zu viel Heilung. 14 Wern. Plus. Noch eine Chili. Ich glaube von Chili's kann man aber nie genug haben, oder? Noch ein Phoenix war man eigentlich nicht. Da wären Pockets dann, was man spielen könnte. Oh. Oh. Kann man Pockets dann mitnehmen? Oh. Kann man Pockets dann mitnehmen? Die meisten habe ich nicht Pockets dann spielen sollen. Das Essen geht aber noch besser, Tobi. So. Pray, dass das gut genug ist, I guess. Was wir auf 1HP rumkrepern, ist nicht so cool. Ich weiß nicht, wie stark die Match-Ups sind. Ich weiß nur, dass alle rumheuern wegen dem Bild, was wir gerade spielen. Man muss erst mal bis zu Darksaber kommen, eigentlich. So sieht es ganz gut aus. Also, dass wir so viele Chili's haben, ist ganz gut. Draconic Open-Cain nehmen wir auch nochmal mit. Gin-Land brauchen wir eigentlich nicht, right? Wozu überhaupt? Nehmen wir noch eine Chili mit. Gefühlt ist es langsam Overkill mit Chili. Aber Heat ist halt Leben. Noch eine Chili oder nicht noch eine Chili? Da hätte ich Bock drauf, aber gefühlt ist es Overkill. Wenn noch so ein Crystal oder so, wäre cooler. Perse gibt mir leider zwölf Rüstungen. Ist eigentlich insane. Noch eine Cap, aber wir suchen eigentlich Crystal oder so. Nope. Computer sagt nein. Nein. Serpent-Stuff. Ein bisschen Gift können wir wegcleansen. Zenaton. Ja, Ballert-Boot. Ich glaube, das ist ein ganz guter Spot. Galic-Finds nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist noch ein Crystal. Ist ja immer noch ein Potion-Bad mit, oder? Ist ein bisschen umbauen hier. Ich finde kein Light-Saber. Mit Rourik. Was? Okay, so in die Richtung. Sieht doch bisher ganz gut aus, oder? Das ist der beste Spot, das gerade für ein Fannypack. Ui. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Okay, mit 4 Dark Items haben wir jetzt eigentlich ordentlich Debuffs für den Gegner. Schauen wir mal, was wird, ne? Dark Saber ging nochmal. Wie? Light Saber plus Corrupted Crystal. Jetzt können wir pro Revive 36 Debuffs auf die Gegner machen. Wir haben zwei Revives von Lantern und von Phoenix. Jetzt kommt Light Saber. Haben wir ihn trotzdem rein? Ich baue den Combine schon eigentlich. Aber das ist nicht zu greedy hier. Aber Light Saber macht ja auch mehr Damage, wenn der Gegner geblendet ist nach dem ersten Revive. Ist ja jetzt nicht so verkehrt, würde ich sagen. Lieber hier zwei. Stamina frisst jetzt auch ein bisschen rein wegen dem Light Saber. Die Cap wollen wir auch noch haben, ne? Cap of Discomfort. Oh, das ist ein Make-or-Break-Turn, ob die Runde noch richtig gut wird oder nicht. Ich krieg ein Leben zurück, wir kriegen einen Dark Saber und wir kriegen zweite Cap of Discomfort. Was wird krackern? Oh no, gegen Blood Thorn. Könnte übel werden. Mal gucken. Woher der eigentlich Probleme hat gegen Blind. Mal schauen. Auf dem ersten Revive macht eigentlich Light Saber ordentlich Damage. Nice. Okay. Ab ins Survivor. Was ist mit Dark Saber? Was ist mit Fanfare? Spielt man mit Fanfare in dem Bild rein? Weil das gibt uns Mahnen und Powers, whatever. Ich meine, man Powers, okay. Gegner honken lassen, wenn man selber kein Schild spielt, ist wie whatever. Hm. Hard Container und Holy Armor. Ein zweiter Phoenix. Ich hab viermal Chili. Ich überlege, ob man echt Phoenix spielen kann. Und hier ein zweiter Phoenix ist Overkill. Wir gehen einfach für Box of Riches. Ich spiel... Ich weiß nicht, ob man zwei Phoenix spielen kann in der Situation. Ich muss noch ein bisschen umbauen hier, oder? Ich will lieber zwei Fennys, oder hier die Fennys durchhaben, die vier. Jetzt. Ich muss noch ein bisschen umbauen hier. Genau. Ich muss noch ein bisschen blockieren, Dann? 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 Dann kann ich die Ploten bei mir sehen. Dann? 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 Ich bin halt so out of meter, dass ich nicht weiß, ob man mit vier Chilis Phoenix spielen könnte. Bei noch einer Reinkarnation mehr ist cool. Wir verlieren natürlich auch viel mehr Leben on-hit. Normalerweise reicht eigentlich zwei Revives. Vielleicht lieber Box. Beginn für Chams. Anti-Gift. Wir wollen den Gegner vergiften. Maybe eher das. Ein Ice Dragon mit Stone Coat und Fancy. Auch wert. Ah, der Astrid schon wieder. Keine Runde ohne Astrid, ey. Coat zerstört uns, oder? Jetzt bequoten wir auch ein bisschen zurück. Noch ein Revive, ne? Schneller angreifen. So ein bisschen Stamina-Probleme haben wir sogar. Das Verbrauch ist ordentlich. Ich könnte eine Flöte benutzen, theoretisch. Eine Flöte sollte fein sein. Das ist jetzt ein Phoenix im Sale. Flawless Coat. Ach, das ist schon ziemlich teuer, ne? Noch eine Blueberry. Würde. Ich glaube, Leather Boots brauchen wir nicht. Dann haben wir hier ein Fancy. Mit hier Longsword. Wenn ich ultra die Stamina-Probleme... Ich meine, klar, er hat zwei Flöten, aber... Aber mein, der kann nicht so ein Stamina-Probleme haben, wie ich dachte. So ein Stamina-Probleme haben wir jetzt keine Rüstung. Nice. Sieht gut aus. Stray macht so viel mehr Spaß mit euch. So, letzte Runde. Schneller angreifen, nehmen wir mit. Noch ein Fanny-Pack. Nochmal schneller Booschen. Nochmal schneller Booschen hier. Eine Ruhig-Potion for Fun mitnehmen. Sanity-Gift. Nehme ich das mit für zwei Stamina. I guess. Final Build. Stabile Dark Lantern. Vierfach Fanny-Pack auf... Lightsaber. Und bei Reinkarnationen... 36... Deep-Buffs ist so crazy, ne? Die haben das Spiel so heftig gebufft. Da haben wir sogar ein Glück-Steinchen. Verrall-Match. Verrall-Match. Mal schauen. Ja, zwei Crowns und Mana Orb. Ah, das ist ein Großunterschied. Ich hab da vier mehr Chilis. Ich hab vier zum Cleansen. Keine Ahnung, wer den Fight gewinnt. Sieht sehr nach Coinflip aus. Wahrscheinlich Cleansen die Crowns genug Blind weg. Ah, er gewinnt. GG's. Schade. Ah, er hat auch einen Croplett Crystal hier drin. Boah, der hat noch einen Crystal gefunden. Das ist crazy. Er hat noch Crowns gehabt. Ja, vielleicht brauchen wir dann auch einfach Crowns noch. Sieht der Damage aus? Ist halt sehr, 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 sehr gleich. Er hat mehr Fatigue-Damage gemacht. Warum hat er mehr Fatigue-Damage? Ach so, ich hab gar keinen Crystal mehr gehabt. Stimmt. Er hat Fatigue-Damage auch noch gemacht. Mehr 78. Wir sind auf 28. Hm. Voll... Wait, wie sad? Never mind. Ich wollte gerade sagen, wo ist das Code hin? Hm. Ja, Gloring Crown hätte noch gefehlt, ne? Haben wir hier noch einen schönen Mahler-Haupt mit Crowns. Ist schon ziemlich gut noch dazu. GG's. Er hat einen Kristall mehr gehabt, als wir hier. Er hat zwei Kristalle. Eines für Fatigue und eines für die Rüstung. Das ist ein Kristall. Er hat ihm auch noch mal 78 Rüstung gegeben. 108 Rüstung. Den Kristall kann man nicht genug haben. Weiß nicht, vielleicht war ein Doppelcap auf das Comfort too much, aber... Gigi's. Hat's mir eine coole Runde. Plus 6 nehmen wir mit.